Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video das Video ist die erste Folge von meiner Schalke Karriere und ja da ich nicht mehr so viel Ultimate Team spiele wird jetzt mehr Karriere kommen und ja könnt euch das Video gerne bis zum Ende zu Niers gegen Braga so ich hab Harit zurückgeholt von der Laie und ja sonst aber eigentlich nicht viel gemacht, hab Bülta der verkauft sich grad noch und ja das jetzt grad noch dieses Turnier und ja Ara wäre jetzt schon nice wenn wir das gewinnen weil dann hätte man nochmal viel Geld um sich paar neue Spieler zu holen. Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben was die Spieler ich mir holen soll und welche nicht oder welche ich verkaufen soll oder Terodde Terodde, immer noch Terodde Terodde, der wäre fast drin gewesen Zalaza Scholinov 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 Laza Terodde Oh Terodde ja das ist schon ja, das ist schon ja, nice äh oh mein Gott Scholinov 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 wär da kurz vor der Halbzeit noch das Tor gefallen wär, wär Big Oh mein Gott Oh mein Gott, ich dachte grad wär der Tor aber ja war wohl nix Anstoß Terodde 1-0 Scholinov Scholinov Let's go Direkt erstes Spiel Terodde ja, wer sonst wer sonst halt gucken, dass wir nicht direkt nach dem Anschluss ein Tor kassieren aber das machen sie sicher aber, oh direkt der Fehlpass ah ja 1-1 das war's mal wieder komplett komm, vielleicht direkt nochmal ein Anschluss-Tor aber ich glaub das mal geht das nicht so schnell, oder? doch Parit oh ja Scholinov Latza ah, komm ah, komm komm, komm ah, schade jetzt gucken, dass wir nicht einen Konter kassieren ah, ah ah, ja ey, das kann doch nicht sein, oder? das kann doch nicht sein komm, manchmal auf offensiv das ist auch mal ein Tor schießt, ne? sonst bitterböse ein bisschen nicht gewinnen zumindest unentschieden im ersten Spiel ansonsten ich weiß auch nicht, ob das jetzt der beste Gegner ist in der ganzen Gruppenphase, oder? deswegen müssen wir jetzt das Spiels, oh Scholinov? ja, äh, wohin läuft er? oh mein Gott, wohin läuft Scholinov, bitte, hä? ohne Sinn, wohin er hinläuft oh mein Gott, ohne Sinn, wo Scholinov gerade hingelaufen ist das macht ja gar keinen Sinn so oh mein Gott, was machen die? mal letzte Aktion komm schon oh ja, das war das erste Spiel erstes Spiel 2-1 verloren ja, moin sonst ah, ich wollte gerade die Ergebnisse noch gucken, aber konnte ich jetzt nicht sehen äh Jugendstab gucken ähm da, Jugendstab was haben wir da für Talente? ah, Fabian Becker Scout-Netzwerk aufbauen äh Mitteleuropa passt Deutschland passt Dauer oh, schon teuer äh, okay, dann mach ich's doch nicht ähm das ist nicht so äh wo konntest du das sehen? hier dann auf Jugendakademie Bericht so einen hab ich schon hochgenommen mit dem 94er Potential hier Krause hat auch ein 94er Potential 85-94 er sieht ja eigentlich nicht schlecht aus der Leonard Krause ja komm, 16 Jahre könnte ich eigentlich mal hochnehmen aber hier ist ja, ich glaube das so mit der erholte ich ihn einfach mal hoch ähm ich weiß nicht, was man machen muss, damit die hat Spielerchats ich weiß nicht, was man machen muss, um die ähm hier, den davon habe ich geträumt danke, dass ich bei den Profis ran durfte ich möchte unbedingt allen zeigen, was ich für dieses Team leisten kann äh, ich weiß, dass von dir noch einiges kommen wird du hast mich beeindruckt du hast niemanden enttäuscht ja, mach ich einfach mal das keine Ahnung ich glaube man muss die auf die Bank mindestens tun mhm dass die sich ein bisschen upgraden, ne weil sonst glaube ich kriegen die kein Upgrade äh Krause war das und hier Horoshoki äh wem brauche ich davon nicht ja, Drexler boah speichern so, dann sehen wir uns im nächsten Spiel weil es äh, ja vierte Minute Dreck 1-0 mhm ja, let's go Lazzai ja, so so will ich das auch sehen von den Jungs Dreck 1-1 Dreckmann, Zeichengesetz Harit, Terodde Harit, komm, bring die Flanke ah, schade, abgeblockt jetzt Koppelto Terodde Ableger und jetzt geht der über die Außen wieso nice äh, ja komm, Harit oh, Jan wo ist Terodde Terodde, wir brauchen dich da vorne drin ja das war knapp oh, oh mein Gott ja, abseits was sie sich gerade da zurecht spielen ist echt Katastrophe Terodde steht auf linken Flügel stark oh shit naja jetzt ist es noch mal knapp aber aus Herr Spiegert na na ich habe gerade angefangen und startet startet Tonier na moin Digger oh mal lucky oh jetzt Terodde Terodde let's go 2 1 76 Minute so will ich das doch sehen Terodde naja das ist noch zweite Liga aber es ist eh startet Tonier oh stark kombiniert oh Jan Salazar schade ja ich weiß leider oh gute Chance nochmal Salazar na Haar Spiel ist jetzt gleich vorbei ich hoffe dass wir nicht in der Nachspielzeit jetzt noch ein Tor kassieren ja ja nice dann war es erster Win so das war es mit der ersten Folge Karriere ähm ein Sieg eine Niederlage ist denke ich mal okay äh so sieht jetzt das Team erstmal aus so werde ich es auch vielleicht erstmal lassen und ja dann lasst gerne einen Daumen nach oben ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video haut rein